Reife Feigen 1 2 Paragraf Talotten 3 7 H E G F kleiner als Oxxarin 481 Ahorns in Rüt 3 Ü mit Trockenherdlot W I Klammer auf 2 scharfes S Rioja Klammer zu 1 Ampere Dollar WPJ Lamensaft I Salz Schwerzöpfe aus der Mühle Asseta Balsamissa Heinka Paragraf Özilon 4 Paragraf R St Klammer zu Liefleer Z Paragraf I L Paragraf I Die Feigen waschen und halbieren dabei den Stielansatz entfernen Die Schalotten schälen Den Rosmarin waschen und trockentupfen Kuh in einer großen Pfanne den Ahornsirup bei mittlerer Hitze aufschäumen Die Feigen mit der Schnittfläche nach unten und die Schalotten hineinlegen und in ca. 2 leicht karamellisieren Die Rosmarinzweige hinzufügen Die Feigen wenden alles mit dem Rotwein ablöschen und den Pflaumensaft dazu gießen Die Mischung eine bis köcheln lassen und die Feigen herausnehmen Den Sud in ca. 5 bei starker Hitze sirupartig einkochen F I Die Vorher Vom Herd nehmen Die Rosmarinzweige herausnehmen und den Sirup mit Salz, Pfeffer und ein paar Tropfen Essig abschmecken Dann die Feigen wieder dazugeben und mit dem Sirup überziehen Feigen und Schalotten lauwarm oder kalt servieren Die Feigen Die Feigen